zu einer HG-Aufnahme Böwböböböböböböböb-Slash-Warpagi ich würde jetzt ein Kjent dieses machen wie es Letz Adventure-Artile-Adventure Jump'n'Run aber da er nicht auf uns selber kommt oder überhaupt einen Griff starten kann machen wir jetzt noch ein kleines jetzt bei euch wahrscheinlich zwei oder drei Tage her wo ich zwei Tage wahrscheinlich hier wo ich das gesagt habe ich in der Hälfte auch machen will recht zufällig wo man sieht welche wenn man auf Steam ich habe kein System ach schade macht ihr es mal ja na kann ich machen vielleicht slash hg road you already road ok versuche mal mein kopf zu starten kein bock ah ok äh ahri na ich bin jetzt gegangen ich glaube 3 oh schade schade wer ist denn alles auf Steam Online oh geht nicht oder doch oh der Leon der spielt Portal 2 cool ich glaube hier passiert nix mehr game all with the setting ok ah ok Scheiße ich bin jetzt auf dem See die 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 Oh f**k, we're separated at end! AHHHHH! Scheiße. Ich muss meine Rüstung anziehen, kann aber nicht. Ich hatte gerade voll Schiss. Komm, 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 zieh deine Rüstung! Fress was! Okay, ich bin tot. Okay. Nummer 1. Tod? Oh, okay. Ja, ich bin gestorben. So, jetzt erinnern wir uns mal wieder. Fangen wir an. Fangen wir an. Fangen wir an. Das schon gerade noch mal mit. Nur einmal mit Zeit uns darauf einzustellen, dass es losgeht. Alarm bei mir Eve Skin schon wieder. Steve Skin. Steve. Steve. Alter, du als alter Minecraft Zocker sollst du dich langsam mal in Richtung kriegen, ne? Ja, u, klar, ist klar. Ich zog jetzt wieder seit, pfff, nur zwei, drei Tagen am PC wieder an meiner Mutter. Also lass mich. Ich nehme am PC meiner Mutter auf, weil der schneller ist, als meiner. Meiner ist nicht dafür geeignet. Oh, schon wieder so dummer Hacker. Boah. Du kleiner Penner da drum. Komm. Scheiße. Nein. Hier, 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 hier. Nein, okay, wir haben nichts. Sehr gut. Oh, wie wir wissen, willkommen hinterher noch was. Schnell. Wir hätten ja eben auch nichts. Also. so. Oder, was heißt eben. Bei euch war das vorhin zwei Tagen. Wahrscheinlich. So. Okay. Ich hab mich zu hoch aus. Ich hab mich zu hoch aus. Oder, ne. Gehen wir in die Häuser. Bei den Häusern ist immer viel. Zumindest am Anfang. Ich hab nur voll vergessen, wo die Häuser waren. Gar nicht. Oh, hier kommen jetzt voll viele rausgequollen. Ich hab voll vergessen, wovon das ist, aber ich hab voll die Ohren davon. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber. Was fahrt das noch mal? Er hat weiß ich, was es ist. Das ist unaktuell, weil wenn das Video hochgeladen hast. Ja, das ist in 15 Tagen, dann läuft die Werbung noch. Nicht in 15 Tagen, was glaub ich. Wahrscheinlich drei Wochen. Ich glaub trotzdem, dass die Werbung noch läuft. Obwohl ich glaub, es hier läuft jetzt schon gar nicht mehr. Ich weiß gar immer, wovon das ist. Da, 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 da. Das Video erhöht sich jetzt noch 15.000 Mal, damit ich garantiert Werbung mache. Und ich weiß zwar nicht von welcher Firma oder sonst was es ist, aber ich krieg dann Geld. Wahrscheinlich nicht, aber. Nein, krieg's nicht. Ja, ich weiß, ich krieg ein Geld. Trotzdem. Ich bin ja so alt. Ich frag nicht, ob man stirbt, wenn man Schuss zwischen die Beine kriegt. Ist das jetzt ernst gemeint? Nein, stirbt man nicht. Ganz das Spiel hier unroyalistisch. Man hat nun sehr, 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 sehr unvorstellbar, unvorstellungsliche Fähne schmerzen. Unvorstellbare Schmerzen heißt das. Genau. Das wollte ich sagen. Nein, man hat dann keine Schmerzen mehr, weil man nichts mehr fühlt. Ja, stimmt auch genau. Trotzdem. Weil ab zu großen Schmerzen spürt man nichts mehr. Ist wie gelähmt. Fast. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich brauch mal Ausrüstung. Oh, Minecraft-Mucke. Let's Play Assassin's Creed mit Julia, Mann. Genau. Du nimmst zwar grad nicht auf, aber... Ja, ist es trotzdem. Komm, lass hier ne Kisse sein. Und dann nimmst du gerade jetzt auf. Du hast doch jetzt das Aufnahmenprogramm, weil ich dir gegeben habe. Ja, hab ich, aber... Geht irgendwie nicht. Muss ich gleich nochmal gucken. Scheiße, was ist jetzt länger? Braucht man nicht. Hm. Ah, geil. Okay, Kirchturm. Wahrscheinlich. Ne, äh, irgendwas mit Uhr. Wenn das ne Uhr ist. Ich glaub, das ne Uhr. Hm. Off... 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 Offress... Offress... Keine Ahnung. Ist nur irgendwo Kisten. Optifine Prosument. Ich glaub, da oben war mal ne Kiste früher. Hm. So. Ich hab den Trick schon mal in der Hunger Games Folge erklärt. Wenn F8 drückt, während man Stör... Also... Optifine Zoom. F8. Und man ist nicht mehr so verschwommen. Da, sass du. Da, sass du. Wann nicht für so lang. Ich schieße auch niemand. Ich sehe auch keine Kisten. Okay, gehen wir mal wieder runter vom Gebäude. Durch unseren Gang. Oh, jetzt... Jetzt nehmen wir natürlich wieder auf. Hier war... Immerhin ein bisschen Essen haben wir hier bekommen. Ich bin grad voll still. Warum? Äh, ich weiß nicht. Es gibt grad nix zu erzählen. Boah, hier grad nix Spannendes passiert. Boah, Hilfe. Okay. Okay, noch vier. Fünf sind drin. Und hast schon Ideen, was du nächstes Jahr zu Weihnachten möchtest? Genau. Ich weiß zumindest, was ich mir... äh, zum Geburtstag wünsche. Es würde ich mir gern zu hier Weihnachten... also 2012 gewünscht haben. Das gab's aber noch nicht. Ich wünsch mir das neue... The Sims City. Dieses... Das klingt das geil. Das ist richtig geil. Oh, ja. Richtig geil. Mit Casinos und so. Das ist richtig geil. Das gibt's immer. Also, okay. Die Sims City 4 gibt's das auch. Okay, bisher hab ich einfach immer nur... ne komische Stadt anbaut und zerstört. Sim City 4 hab ich mir letztens auf Steam geholt mit meinem Bruder. Und das ist ziemlich geil. Aber das hat ne schlechte Grafik. Und das neue, das soll ne richtig, richtig geile Grafen kommen. Oh, ja, das hat es. Ich hab ne Vorschau auf YouTube davon gesehen. Richtig geil. Hä, komm. Ah, deswegen kann ich nicht... Nein, jetzt hab ich jetzt zerstört. Oh. Ah. Okay, jetzt weiß ich, warum ich da nicht hochkomme. Okay, ich starte, äh... Ich frech die Aufnahme ab, bis ich wieder auf der Server kann. Dann sind wir wieder bei Hunger Games. Und mir fehlt grad auch, ich hab mich eingeloggt und jetzt... Jetzt bin ich, glaub ich, wieder so ein Ghost Player. Wie wenn man sich einloggt, wieder ausloggt. Ich glaub, das ist jetzt dieser Cheat Modus. Mal gucken. Ich glaub, jetzt sind Spawn nämlich neue Runde. Slashlist. Oh, ja. Ich bin gar nicht mehr richtig in Hunger Games. Ich möcht' jetzt aber nicht schicken, oder? Ich guck mal am Spawn, ob da neue Trunen sind. Wenn da was drin ist, guck ich mal rein, ob ich nämlich draußen... Ich mach gleich neue Runde HG. Ihr seht jetzt, was passiert, wenn man auf dem Server, äh... Ding ist. Also das Server ist ja abgestürzt, jetzt bin ich wieder drauf und jetzt bin ich in der HG-Arena, aber es ist gar keine Runde am Starten. Jetzt kann ich in die Kisten gucken, während alle anderen noch auf ihren Socken... ...Suckeln stehen. Dann nimm dir doch alles aus den Kisten. Ja, das ist ein bisschen Cheat. Ich mag das nicht. Ja, egal. Boah, ich weiß jetzt... Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich... Wo ist das Spawn? Ich weiß... Und zweitens weiß ich nicht, ob der... äh, ob die Kisten jetzt schon gefüllt wurden. Ja, ich mag das nicht. Mal gucken. Vielleicht mach ich dann kurz die Aufnahme aus, damit das niemand meiner Zuschauer sieht. Man. Ist doch egal, Junge. Ja, ich weiß. Ich würde das auch nicht machen extra, aber wenn wir das auch... Aus Versehen passiert, dann würde ich das ausnutzen. Ja, mal gucken. Macht jeder. Na, schau mal bitte. Ich guck mal, was da drin ist, wenn der geiler Stuff drin ist, dann mach ich das vielleicht. Also es tut mir leid, aber... ...komm ehrlich, wenn es passiert, kann ich nichts für... ...wenn ich zu dumm sind, den Server richtig zu machen, kann ich nichts für. Ja, ich so. Der ist jetzt schon dreimal abgestürzt. Unglaublich, Alter. Aber ich meine, immerhin haben sie ja alle drei... ...alle drei Dinge. Schau mal, kommt man hier nicht abbauen? Alle drei Dimensionen. Ah ne, konnte man nicht, okay. Früher konnte man hier abbauen, das fand ich ziemlich, ziemlich scheiße. Oh. Hä? Wie kann ich den Kobbel-Song? Ja, geil, ich hab einen Kobbel-Song. Kann man hier nicht abbauen? Okay, kann man nicht abbauen? Okay, kann man nicht abbauen? Ist das bauen? Geil! Oh, die laufen ja auch alle rum schon rum. Voll geil. Okay. Okay. Genau. Voll die Ghost-Trees hier. Geil, ich verhungere. Wow. Bitte. Mitmachen! Oh geil! Oh, ich hab heut' Schwert. Oh yeah. Ja, ihr seht's. Ich möchte, dass die nicht mehr hier am spawnen. Geil. Okay. Komm, stirb, 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 stirb Kartoffel! Komm, ist ein Steak, ist ein Steak. Jetzt stirb der Typ. Oh yeah. Feuerzeug. Stirb, Kartoffel! Komm. Komm. Okay, kann ich dich behandeln? Oder per Schwert? Oder per Schwert? Oh yeah. Oh yeah. Damit hätten wir ihn. Fisch. Oh, der ist doch grad gestorben, so sind die Sachen. Jetzt möcht' ich nicht scheiße unfair sein. Wenn ich hol' mich gestorben, da ist wahrscheinlich nichts drin. Dann geh' ich es dir auch hier raus. Ich muss ja auch nicht so dumm zu sein. Okay, ich bin tot. Das hat er extra gemacht. Damit der... Oh, jetzt hat er aber... Die Kitzkrieg der Sachen. Ach, scheiße. Egal. Ist so. Lol, mein Quasquasquas. Okay, bis gleich. Ich hab' mein Quasquasquas. Wenn wir da, aber ich hab grad irgendwie... Lol. Hm. Achso. Schon wieder mein Quasquasquasquas. Okay, ich... Unterbricht noch nicht. noch mal kurz die Aufnahme. Wenden, da kommt gleich wieder mein Quasquasquasquasquas. Jetzt hab' ich grad die Aufnahme wieder an übrigens. Yay! Okay. Mist. Ich muss mal kurz... Ich brech kurz die Aufnahme ab. Ich bin jetzt auf nem... Anderen Server und äh... Zip, zip, zip. Hier ist auch so ein Hunger Games, aber ich glaub' mit abbauen. Komm, machen wir eine mit abbauen. Okay. Vielleicht geht's danach wieder, aber ich glaub' nicht. Wohl, warte. Ich probier's nochmal kurz. Okay, ich war grad ganz kurz am Spawn und jetzt kommt wieder der Bildschirm. Vielleicht schäu' ich das nächste Mal. Wieder weg.